Ein herzerfrischendes Hallöchen an meine Zuschauer und Zuschauerinnen. Ich bin Renave und es geht weiter mit Let's Play Red Dead Redemption. Ja, wir sind in der letzten Folge hier auf der McFarlane Ranch angekommen und wir müssen gleich die nächste Aufgabe für Bonnie erfüllen, um die 15 Dollar zurück zu verdienen. Ja, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der letzten Folge war das Mikrofon ein bisschen falsch eingestellt. Und ich merke gerade, ich habe noch die falschen Kopfhörer auf. Das ändere ich gleich mal. Kein Moment, bitte. Wenn ich mich von ein paar extra Schmerzen habe, dann wird es, dass nichts passiert. Gut. Komm in, komm in. You know, you never did tell me how you met that Bill Williamson oder what you wanted from him. No, miss, I did not. Well, why not, if you don't mind me asking? I certainly don't mind you asking, if you don't mind me not telling. See, it's a complicated and somewhat pathetic tale. And by telling you, not only would I be putting your life in danger, but also threatening the lives of some people that I hold very dear. Well, I apologize if I seem to be prying. And I apologize for my reticence. Hope you believe me when I say that it's simply out of respect for you. Of course, Mr. Marston. I understand that a city dweller such as yourself likes to have some exotic secrets, so us country folk are impressed. I'm no city man, miss. Yeah, but I saw you get on the train at Blackwater. You with those gentlemen in bowler hats. I'm still no city man. But I bet you can't ride, Mr. Marston. I hate to take money from a lady, miss. Oh, you won't be. I'll race you right now. If it makes you happy. We'll see. Alright, I'll show you how we ride around these parts. Alles klar, wir müssen auf unser Pferd steigen. Und wie gesagt, das Mikrofon hat sich falsch eingestellt. Diesmal habe ich Probeaufnahmen gemacht. Es müsste dieses Mal funktionieren. Und wir müssen mit Bonnie ein Rennen bestreiten. Okay, gleich in der zweiten Folge von Red Dead Redemption müssen wir ein Rennen gegen die liebe Bonnie McFarlane bestreiten. Wir müssen nur aufpassen, dass unser Pferd uns nicht abwirft. Das können wir an dem Ausdauerbalken links neben dem Radar erkennen. Der bei mir jetzt im roten Bereich ist, immer wieder hoch geht. Wir müssen schauen, dass sich der Balken nicht leert. Sonst werden wir vom Pferd abgeworfen. Genau, das ist jetzt im Ausdauerbalken ein bisschen schwierig. Weil unser Pferd natürlich auch noch nicht so viel Ausdauer hat. Ich weiß gar nicht, ob wir das Rennen gewinnen müssen. Okay, es war knapp. Letztens ist er. Das Pferd ist fast abgeworfen. Ach, ich habe es doch schon länger nicht mehr gespielt. Ich hoffe, wir werden nicht abgeworfen vom Pferd. Ja, Bonnie ist vorne. Ja, wir haben doch so gut angefangen. Warum sind wir jetzt so schlecht irgendwie? Kann ja gar nicht sein. Buff. Auch noch über den Zaun gesprungen. Das wollte ich nicht. Ah, das ist natürlich schlecht. Gleich in der zweiten doch in der zweiten Mission vielleicht direkt versagt. Nicht gut. Das Bonnie natürlich im Vorteil. Okay, das Pferd kann nicht mehr. Alles klar, bleibt einfach stehen. Ist die Mission fehlgeschlagen, wenn wir das Rennen verlieren? Nee, oder? Da stand nur Reite ein Rennen. Aber irgendwie habe ich das Rennen früher immer gewonnen. Ich weiß auch gerade nicht, woran das jetzt liegt, dass ich so schlecht bin auf einmal. Aber Bonnie scheint schon wieder zurück zu sein. Ich glaube, sie hat gewonnen. Ja, Bonnie ist weit vorne. Wobei, ich habe sie gesehen. Die haben aufgeholt, aber das wird nicht reichen. Ja, was ist denn jetzt? Okay, das Pferd kann nicht mehr. Ja, das Pferd ist am... ist im Eimer gewesen. Ja, das Rennen haben wir verloren. Ich hoffe jetzt nicht, dass die Mission fehlgeschlagen ist. Ich glaube aber schon. Mal gucken. Okay, ist egal, ob man gewinnt oder verliert. Okay, es ist also egal, ob man das Rennen gewinnt oder verliert. Du kannst jetzt mit Marshall Johnson in Amodillo sprechen. Wir gib dich zum M auf deiner Karte. Ja, könnten wir theoretisch machen, will ich aber noch nicht. Weil wir ja hier noch bei der McFarlane Ranch noch ein paar Missionen zu erledigen haben. Und ich schaue gerade noch mal auf meinen Timer. Ich glaube, ich werde es so in 20 Minuten Folgen machen oder einfach zwei Folgen beziehungsweise zwei Missionen am Stück. Deswegen würde ich sagen, machen wir auch gleich noch die nächste Mission. Dies ist Amodillo, USA. Ah, Mr. Marston, wie geht es dir? Gut, Mr. McFarlane, wie geht es dir? Ich bin gut. Würdest du mit mir zu Armadillo fahren fahren? Ich muss ein paar Suppe bekommen, was ich mit der Firma machen kann. Natürlich. Du kannst die Rennen nehmen. Es würde es nicht für eine riesige Bauten so wie du selbst, zu beziehungsweise von einer Frau. Geh die Rennen, Mr. Marston. Okay, wir dürfen jetzt nun mit der Kutsche fahren. Steck doch mal auf, John. Du schaust viel besser, als ob du fast ein paar Tage vorhin warst. Ich habe dich dafür, dass du das, Miss. Also sag mir, hast du ihr ihr Leben vorhanden, seit wir vorhin gesprochen haben? Ich glaube, ich muss mal kurz was überprüfen. Entschuldigung. Kopfhörer an. Okay. Passt. Ich glaube, es ist das, Herr Marston. Vielleicht gibt es dir noch eine Hoffnung. Ich würde es nicht beten. Oh, es ist immer Hoffnung, Mr. Marston. Du kannst nicht ein Rennen in diesem Land, wenn du das nicht glaubst. Das ist eine Hoffnung, Miss. Ich glaube, es ist das. Ich glaube, es ist nicht so. Ich glaube, es ist eine andere Art, zu bleiben, ehrlich zu sein. Was für dich? Du hast du mit der Hoffnung mit der Hoffnung gegeben gegeben? Die Hoffnung hat nicht wirklich in die Hoffnung. Es ist nicht wirklich etwas, was ich denken. Mensch, was machen die denn da? Die Rüpel. So, geben wir mal wieder ein bisschen Gas hier. Ja, und wir können auch hier mit so schönen Pferde verwerken durch die Gegend fahren. Ja, ich bin auf der Straße auf der Straße und jetzt bin ich in die Stadt. Okay, da unten ist schon Amadello. Das Schöne hier in diesem Spiel ist, ich zeige euch mal ein bisschen die Prärie. Wir können hier eigentlich überall hinreiten. Klar, es gibt irgendwo eine Begrenzung, aber die Open World ist echt riesig. Ich habe eine kleine Begrenzung in Great Plain. Eine Begrenzung? Ja, und ich bin die Königin von England. Und an welchen Punkt, während du deinem Tag schäuert auslösenst, hast du Zeit, um die Küche zu verwerben? Ich habe nur drei Jahre oder so. Ich glaube, ich bin irgendwie neu. Du sagst mir nicht. Also, wer ist nach diesem Pfarrer von deinem Tag jetzt? Unckel. Also, er ist nicht mein Unckel, so weit wie ich weiß. Ein altes Pferd, der so lez wie ein Läziger auf einem heißen Tag. Das Kind, der arbeitet unter der Erdung, der Zeit bringt Wissen. Er, so ist die perfekte Person, um zu verletzieren, um deine gesamte Leben zu verletzieren. Wir gehen viel zurück, und ich habe nicht viel Wahl. Ich werde zurück, wenn ich resumiere. Das ist das, was ich versuche, Frau. So, und wir sind angekommen in der Stadt, in der wir schon mal waren, nämlich in Armadillo. So, brengen wir mal ein bisschen ab hier. Okay, geht zum Büro des Arztes. Genau, wir können uns jetzt hier ein bisschen Medizin kaufen. Das ist ganz praktisch und wir können auch gleichzeitig uns bedanken, dein lieben Doc. Genau, wir können uns hier noch einen Kautabak kaufen, der füllt die Zeitlupenanzeige wieder auf und einen Apfel können wir uns jetzt allerdings nicht leisten, weil wir ja gar kein Geld haben. Deswegen kaufen wir uns einmal Medizin, direkt ausverkauft und ja, das war es eigentlich schon. Medizin und andere Verbrauchsgüter werden in deiner Tasche aufbewahrt. Ich drücke Select, um die Tasche zu öffnen. Wer schießt da auf mich? Wirst du verletzt, färbt sich der Bildschirm nach und nach rot, ist es dunkel? What the fuck, wer schießt denn hier auf mich? Wer schießt denn da? Keine Ahnung. Least I can do it. Thank you for the medicine. Why don't you have a look around Armadillo? You can always take the stagecoach back to the ranch later. I might just do that. Travel safely, miss. Try not to get yourself shot. I won't be around to save you this time. Wenn du Armadillo verlassen möchtest, besteige eine der Postkutschen, die gewöhnlich hinter der Frachtstation B und Entladen werden. Genau, das war schon die zweite Mission in dieser Folge. Genau, wir sind jetzt hier in Armadillo. Du kannst, jetzt kannst du Immobilien kaufen oder mieten, die blauen auf der Karte markieren. Wenn du eine Immobilie gekauft oder gemietet hast, kannst du deinen Spielstand speichern. Außerdem steht dort ein Pferd, die Tön und Intensilien bereit. Ich will aber mal sehen, wer hier die ganze Zeit auf mich schießt. Was tut es da vorne? Bist du das? Was hat der denn für ein Problem? Der hat die ganze Zeit auf mich geschossen. Genau, jetzt werden wir zwar gesucht, aber Wir können uns da ein bisschen Okay, wir können uns hier so nicht befreien. Okay, wir haben ein Kopfgeld von 50 Dollar. Dann schauen wir mal, dass wir hier schnell wegkommen. Rufen unser Pferd. Und schauen, dass wir hier mal Mal wegkommen. Okay. Nichts viel weg hier. Ich frage mich aber immer noch, warum der uns angeschossen hat. Wir haben dem nichts getan, dem lieben Mann. Ich glaube, das war der Typ, den wir vorher vom vom Pferd gehauen haben. Vielleicht war der uns deswegen böse. Genau, so wie aus den alten GTA-Teilen beziehungsweise aus allen GTA-Teilen ein Wanted-Level. Und wenn man aus dem Sichtbereich lange genug verschwindet, wird die Suche abgebrochen, wird die Suche abgebrochen. Schlechte Taten verfolgt die Bevölkerung aufmerksam. Bist du etwa Postkutschenräuber, wird man dir in vielen Geschäften und Einrichtungen die Tür vor der Nase zuschlagen. Also wirklich, so wie man sich auch verhält, hat es auch Auswirkungen auf das Spiel. Erst die Ausdauer eines Pferdes nachführt, ist zusätzliches Drücken von anderen nur dazu, dass dein Pferd irgendwann langsamer wird und ich... Ach Mensch, das Spiel ist gemein. Das lässt mich auch nichts weiter vorlesen. Beziehungsweise die ganzen Tipps lesen. Genau, sonst gibt es jetzt erstmal nicht allzu viel zu erklären. Ich meine, was wir in dem Spiel alles erledigen können, werdet ihr dann sehen. Es gibt ja auch verschiedene ich sag jetzt mal Nebenbeschäftigungen, die in diesem Spiel zu erledigen sind. Unter anderem auch Pokerspielen, aber ich glaube, davon habe ich in der ersten Folge schon berichtet. Und es sieht doch geil aus, oder? Es ist doch ein schönes Spiel. Wie gefällt es euch denn bis jetzt so? Ist es... Ist es ein gutes Projekt für euch? Langsam fängt dein Reitian dir zu vertrauen. Es hat jetzt eine erhöhte Ausdauer, wenn du wenn du reitest. Okay. Gut, also wie gesagt, wie gefällt euch das Spiel bis jetzt so? Oder das Projekt? Also mir macht es auf jeden Fall mega Spaß. Ich habe es lange nicht mehr gespielt und ich wollte jetzt auch unbedingt noch aufnehmen. Auf deinen Kopf ist noch ein Kopfgewicht, früher einfach gehen ausgesehen. Es ist zu lange, dass du dich bezahlst und deinen Namen. Im ganzen Land befindet nichts hier. Grafenämter, hier kannst du Geld an die Gerichte überweisen, um deinen Namen einzuwaschen. Wenn du eine Begnadigung schreibst, beim Telefonkraf und vorliegst, wird dein Name ohne weitere Zahlung reingewaschen. Ähm, das heißt, wir müssen jetzt noch zum zum Bahnhof gehen, oder? Wie habe ich das jetzt verstanden? Ich meine, ich habe jetzt hier nicht ganz aufgepasst, weil die Tipps auch so schnell weg sind und ich nicht so schnell lesen kann. Schauen wir einfach mal. Gehen wir mal zum Bahnhof und schauen, ob wir da irgendwas machen können. Hier auf der McFarlane-Range ist ja normalerweise alles in Ordnung. Ähm. Okay, das hier ist falsch. Ich glaube, wir müssen hier rüber. Ja, richtig. Okay. Kopfgelder begleichen. 50 Dollar. Du hast kein Geld. Komm wieder, wenn du das Kopfgeld bezahlen kannst. Okay, also wir haben schon ein Kopfgeld von 50 Dollar und können es nicht bezahlen. Ich kann mich den Gesetz des Hütern stellen und der Kopfgeldjäger werden. Das wäre eine Idee. Das könnten wir eigentlich machen. Aber ich wollte eigentlich jetzt noch speichern. Dann machen wir das jetzt gleich. Speichern das Spiel und dann würde ich schon einen Schnitt machen. Dann haben wir zwei Missionen in der Aufnahme geschafft. und können dann gleich einen Schnitt machen. Ähm. Ich würde sagen, wir speichern es auf dem ersten Speicherstand, weil ich einfach nicht weiß, ob die Aufnahme jetzt was geworden ist oder nicht. Deswegen würde ich jetzt auch sagen, ähm, ich mache an der Stelle einen Schnitt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge.